Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal zum Thema SolarEdge. In diesem Video möchte ich mit dir gemeinsam die Modbus TCP-Schnittstelle nutzen, um die Daten vom Wechselrichter in unser Smart Home System zu holen, um damit weiterarbeiten zu können, den Eigenverbrauchsanteil zu optimieren und so weiter. Warum das Ganze? Im Endeffekt ist es ja so, dass die PV-Anlage aktuell nur eine kleine geschlossene Insel ist. Das heißt, der Wechselrichter kennt seine ganzen Daten, die generierte Leistung, dann dank dem zweiten Zähler hinter dem Stromzähler natürlich auch die aktuelle Einspeisung, Bezug und so weiter. All das kennt er eben und diese Daten schickt er in seine Monitoring-Plattform in die Cloud. Das heißt, ich habe dann eben eine Smartphone-App und kann mir das Ganze anschauen, wie ist denn der aktuelle Überschuss, wie war der Verlauf über den Tag, Eigenverbrauchsanteil, wie viele Kilowattstunden habe ich eingespeist und so weiter. Ich kann das Ganze dann natürlich in verschiedene Statistiken dann gießen lassen. Das heißt, über den Tag, Monat, Jahr und so weiter kann ich mir das Ganze anschauen lassen. Das hilft mir aber nicht, wenn ich mit den Daten weiterarbeiten möchte. Das heißt, ich möchte zum Beispiel Überschussladen mit der Wallbox realisieren. Dann brauche ich natürlich die Daten vom Wechselrichter lokal in meinem Netzwerk, um die weiterverarbeiten zu können, um eben den aktuellen Überschuss zum Beispiel zu kennen, dass ich weiß, jetzt kann ich mit so und so viel Ampere die Wallbox ansteuern, dass die eben nur den Überschuss ins Elektroauto lädt. Gut, das aber in einem anderen Video. Wir brauchen jetzt erstmal die Daten vom Wechselrichter. Und da stellen ganz viele Wechselrichter eben eine sogenannte Modbus-TCP-Schnittstelle bereit. Zu Modbus habe ich schon verschiedene Videos gemacht. Angefangen bei unserem Nachbarn, der hat einen Wechselrichter von SMA. Da kann man eben auch per Modbus-TCP die Daten abholen, habe ich schon mal gezeigt. Genauso unsere Alphen-Wallbox, die bietet auch eine Modbus-TCP-Schnittstelle. Das heißt, das Thema ist nicht neu auf diesem Kanal. Deswegen wird dieses Video wahrscheinlich auch nicht so super lang. Generell, Modbus-TCP können eigentlich fast alle Systeme, egal ob du jetzt IO-Broker, Node-RED, Home Assistant, was auch immer verwendest, alle verstehen Modbus-TCP. Ist auch relativ einfach, weil dafür ja nur eine Netzwerkverbindung zum Wechselrichter im lokalen Netzwerk erforderlich ist. Egal, ob über Ethernet oder über Wi-Fi. SolarEdge bietet ja beides an an den Wechselrichtern. In meinem Fall jetzt eben über Ethernet. Ja, das heißt, diese Daten möchte ich abholen und dafür muss ich Modbus-TCP erstmal aktivieren am Wechselrichter. Und da erstmal vielen Dank an Markus. Der hat einen Kommentar unter das letzte Video geschrieben. Ich hatte mich ja darüber beschwert, dass man die SMA-Wechselrichter nur über diese Set-App am Smartphone in Betrieb nehmen kann. Aber das stimmt nur so halb. Ja, Firmware-Updates gehen wahrscheinlich nur über diese App, weil nur darüber diese Befehle dann eben ausgetauscht werden und die Firmware hochgeladen wird. Aber an der Seite vom Wechselrichter ist auch das Wi-Fi-Passwort aufgedruckt. Das heißt, wenn man diesen kleinen Nupsi, das ist der Fachbegriff dafür, unter dem Wechselrichter einmal auf diese Konfigurationsschnittstelle stellt, also einmal kurz nach links drückt, dann stellt er eben ein eigenes WLAN bereit. Und in dieses WLAN kann ich auch mit meinem Mac, PC, wie auch immer, mich verbinden. Das Passwort kenne ich ja, steht ja wie gesagt auf der Seite. Und dann kann ich einfach einen Browser nutzen, um auf den Wechselrichter per HTTP zuzugreifen. In meinem Fall hat er jetzt die IP 172.24.01. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Man kann ja einfach nachschauen, aus welchem IP-Adressbereich man eine IP bekommen hat. Und dann greift man einfach auf die 0.1 am Ende zu. Und dann stellt der Wechselrichter eben eine Web-Oberfläche bereit. Und zwar genau die gleiche, die wir auch schon in der App gesehen haben. Das heißt, der stellt einen Web-Server bereit und da kann ich natürlich dann von meinem Mac, PC drauf zugreifen und habe dann die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten. Und da unter Site Configuration kann ich dann eben Modbus TCP aktivieren. Der Standardport ist 1502. Den kann ich dann natürlich auch ändern und anpassen. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe den auf dem Standardport gelassen. Dann stimmt der wenigstens noch mit der Betriebsanleitung überein. Und dann kann ich eben aus verschiedenen Systemen darauf zugreifen und die Daten abholen. Und das wollen wir gemeinsam machen. Ich werde das hier kurz am Beispiel vom I.O. Broker zeigen. Ich werde die Daten dann auch in den Timberwolf-Server holen. Ich werde dir dann auch kurz zeigen, welche Problematik sich mit den Daten ergibt. Weil die Fließkommazahl wird da ein bisschen komisch übermittelt. Schauen wir uns aber gleich gemeinsam an. Und in weiteren Videos kann ich dann zum Beispiel auf so einem Nextion-Display oder in irgendeiner anderen Visualisierung dann eben so Energyflow-Diagramme bauen und die dann eben aufbereiten. Das schauen wir uns aber später an in einem weiteren Video. Bleib auf jeden Fall dran. Abonnier den Kanal, wenn du das nicht verpassen möchtest. Wir springen jetzt erstmal an den Rechner und schauen uns an, wie wir die Daten in den I.O. Broker bekommen. Dir viel Spaß mit diesem Video und dann gucken wir mal, was wir mit den Daten machen. Wie gesagt, generell sollte eigentlich fast jeder Wechselrichter so eine Modbus-TCP-Schnittstelle anbieten. Im I.O. Broker installierst du einfach den Modbus-Adapter. Das habe ich ja jetzt schon öfter gezeigt. Und in den Einstellungen wählst du dann natürlich aus TCP, gibst die IP-Adresse von deinem Wechselrichter im lokalen Netzwerk an. Port ist 1502, hatte ich ja auf dem Standard gelassen. Geräte-ID 1, Typ Master. Den Rest kannst du hier eigentlich so lassen. Ich kann hier ja mal kurz drüber scrollen, wenn du das übernehmen möchtest, drück einfach mal Pause. Im Prinzip habe ich einfach nur den Datenabfrageintervall auf drei Sekunden gestellt, also etwas höher. Eingänge, Ausgänge, Eingangsregister haben wir nicht. Wir haben nur Holding Register und hier muss man jetzt diese komplette Tabelle pflegen. Das habe ich in Handarbeit gerade alles schon gemacht. Woher habe ich diese ganzen Informationen, welche Register es gibt, an welcher Adresse. Dafür gibt es natürlich Dokumentation. Im Falle von SolarEdge sieht das Dokument wie folgt aus. Und hier findet man dann irgendwo in dem Dokument auch die Tabelle, wie man über die Register an die einzelnen Daten kommt. Hier steht genau mit dem Register 4005 kommt man dann an den Hersteller. Da wird dann wahrscheinlich SolarEdge drin stehen. Ja und so kommt man eben an alle möglichen Werte, auch an Werte, die man gar nicht unbedingt braucht. Ich habe hier auch nicht 100% übernommen, vielleicht so 90% würde ich sagen. Und so sieht das Ganze dann eben aus. Jetzt musst du diese Tabelle natürlich nicht nochmal abtippen. Mittlerweile gibt es nämlich im Modbus Adapter hier oben links die Option als TSV bearbeiten. Und dann kannst du hier einfach Inhalt in dieses Textfeld einfügen. Wo bekommst du den Inhalt her? Den gibt es in einem Repository auf GitHub. Iobroker Modbus Templates kann ich dir auch unter diesem Video verlinken. Und du siehst, da habe ich gerade auch schon SolarEdge hinzugefügt. Hier gibt es dann einmal die Holding Register. Wenn du nur den Inverter hast, nur den Wechselrichter und wenn du auch noch so einen Inline-Meter hast, welches eben hinter dem normalen Stromzähler hängt, dann nimmst du einfach die andere TSV-Datei. Die enthält dann noch ein paar Register mehr für Bezug, Einspeisung und so weiter. Ja und wenn man das dann eben speichert, dann werden diese Register regelmäßig ausgelesen und in den Objekten bereitgestellt. Wie sehen die Objekte jetzt aus? Im Endeffekt steht hier vorne immer die Register-ID und danach der Name, den wir in der Tabelle vergeben haben. Und hier bekomme ich jetzt alle möglichen Werte. Zum Beispiel meine Seriennummer oder auch den Hersteller SolarEdge. Ja, stand ja in der Doku auch so drin. Aber warum sollte man den regelmäßig abholen? Könnte man genauso gut daraus löschen. Ja, Besonderheit ist jetzt hier zum Beispiel Current Total, also wie viel Strom fließt gerade, steht hier 1756 Ampere. Ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Und das liegt daran, dass in einem anderen Register bei ganz vielen Werten immer so ein SF, also ein Scaling Faktor mitgegeben wird. Und hier müsste man jetzt alles, was mit Current zu tun hat, mal 10 hoch und dann Current SF in diesem Fall rechnen. Das heißt, hier würde jetzt mal 10 hoch minus 2 rauskommen, also hätten wir dann 16,38 Ampere zum Beispiel. Ja, genauso bei Current L1, L2, L3, wo aktuell ja jetzt hier 3,63 Ampere rauskäme. Das heißt, man kann die dann nicht so verwenden, sondern muss die umrechnen. Warum kann ich die nicht mit dem Faktor umrechnen, den es direkt in dem Modbus Adapter gibt? Da könnte ich ja auch den Faktor definieren. Das Problem ist, dass ich dieser Scaling Faktor ändern kann. Also je nachdem, welcher Wert dort übergeben wird, ändert sich auch der Wert im Scaling Faktor und dadurch würde sich natürlich das Komma verschieben. Und damit kann ich nicht mit einem festen Faktor rechnen. Ich muss das hier also per Hand machen, im JavaScript Adapter zum Beispiel. Dafür habe ich mir unter 0 User Data 0 Energy Solar Inverter hier einen neuen Datenpunkt angelegt. Da könnte man jetzt noch in den Einstellungen hier eine Einheit vergeben, Ampere, und sagen, das Ganze ist nicht schreibbar. Zack, dann habe ich hier die Einheit auch stehen und du siehst, der aktualisiert sich schon fleißig. Das Script dafür habe ich nämlich schon fertig. Ich gehe mal gerade auf die Scripts und hier habe ich ein neues Blockly angelegt, das heißt Solar Edge. Das läuft auch schon fleißig. Da ist nur ein Trigger aktuell enthalten, der geht auf Current Total. Wenn der Wert geändert wird, hole ich mir einfach den Wert, rechne den mal 10 hoch und dann den Wert aus dem Scaling Faktor und packe das Ergebnis in meinen neu angelegten Datenpunkt. Klar, ich könnte das hier auch so machen, nur dann beschweren sich wieder einige, dass das doch gar nicht so leserlich ist. Deswegen habe ich da eine Variable zwischengepackt, damit das in zwei Schritten leichter verständlich ist. Ja, und die ganzen Trigger könnte ich jetzt alle hier untereinander packen, die die Umrechnung für mich erledigen. Und damit hätte ich alles gekapselt in einem schönen Script. Klar, den Datenpunkt in User Data könnte ich hier auch noch anlegen, dann wäre es noch sauberer. Wie eingangs schon erwähnt, möchte ich die Modbus-Integration vom Wechselrichter aber in meinem Timberwolf-Server realisieren. Wie genau das geht, habe ich im Video zu dem Server schon ausführlich erklärt, am Beispiel von unserer Elfen-Wallbox. Die ist ja auch per Modbus-TCP hier integriert. Und genauso habe ich jetzt eben den Wechselrichter als weiteres Modbus-TCP-Gerät angelegt, habe die IP-Adresse hier hinterlegt, den Port, den wir konfiguriert haben. Und dann braucht man eben zwei Profile. Einmal das vom Wechselrichter und einmal das vom zusätzlichen Stromzähler. Könnte man auch in ein Profil packen. Und dann kann man mit diesem Profil Geräte erstellen. Kann ich auch noch mal kurz hier zeigen. Wie gesagt, wenn du das sehen willst, schau das andere Video, wie genau das funktioniert. Dann habe ich einmal den Wechselrichter selbst. Da habe ich zum Beispiel den aktuellen Strom auf den drei Außenleitern insgesamt mit diesem lustigen Scaling-Faktor. Hast du gerade schon gesehen. Müssen wir hier natürlich auch umrechnen. Dann Energie, Power, Spannung, dann den DC-Strom zum Beispiel. All das bekommen wir eben hier geliefert. Und damit können wir dann weiterarbeiten. Ach so, auf dem Zähler hier unten bekommen wir natürlich noch viel mehr Daten. Einmal, ob wir gerade einspeisen oder beziehen. Das sehen wir anhand von Power. Aktuell speisen wir hier 1071 Watt ein. Also gut 1 kW. Und der Scaling-Faktor ist hier 0. Das heißt, das ist auch wirklich der Wert. Und dann sehen wir hier noch in Wattstunden, wie viel wir exportiert und importiert haben. Also wo der Stromzähler gerade genau steht. Könnte man auch zurücksetzen, glaube ich, über Modbus und so weiter. Brauche ich aber alles im Prinzip nicht. Ja, und auch hier müssen wir die Daten natürlich umrechnen. Das heißt, mit diesem Scaling-Faktor arbeiten. Wie ich das hier realisiert habe, zeige ich dir kurz. Dafür springen wir hier oben in die Logiken, in den Logik-Manager. Ich suche mal nach Inverter. Da habe ich schon ein paar Logiken angelegt und die auch hier getaggt, damit man die immer gut wiederfindet. Und wir nehmen einfach mal die Inverter-Power an der Stelle. Dann habe ich einfach eine freie Formel, heißt das, genommen. Da kann man dann die beiden Objekte, die wir aus Modbus hier auslesen, reinpacken. Einmal den eigentlichen Wert und dann noch diesen Scaling-Faktor. Ich kann hier auch mal diesen Doktor-Modus anmachen. Und dann haben wir hier unten die Formel x1 mal 10 hoch x2. Und x1 ist eben die Variable hier oben, also 14.974 mal 10 hoch minus 1 ergibt dann eben den Wert, den du hier rechts gerade siehst. Im Doktor-Modus ist wirklich super praktisch, wenn man das hier beobachten möchte. Hier gab es noch ein paar Probleme. Das könnte im IO-Broker mit dem Script auch passieren. Je nachdem, was sich zuerst aktualisiert, je nachdem, wann sich der Scaling-Faktor ändert, kann es sein, dass der alte Wert da mit dem Scaling-Faktor noch genutzt wird. Also angenommen, der wird jetzt hier auf 0 geändert und der Wert ist noch der alte, dann haben wir plötzlich 15 kW Power statt dann eben die 1,5 kW, was natürlich nicht so schön ist. Das heißt, beide Werte müssen plausibel sein in dem Moment. Und ich habe es hier so gemacht, dass ich den Eingang hier auf Update gestellt habe. Das bedeutet, dass das die Logik eben nicht triggert, sondern nur der interne Wert für die Logik aktualisiert wird. Das heißt, wenn sich das hier ändert, passiert am Ausgang erstmal gar nichts. Und dafür habe ich dann eben den Scaling-Faktor genommen und den dann auf Immer gestellt, also auf Always. Der bleibt natürlich immer gleich. Das heißt, ich habe die Filter rausgenommen bei Modbus und dann triggert der eben die Logik, weil der hoffentlich immer danach aktualisiert wird. Also eigentlich sollten die Register so gelesen werden, dass erst der Wert aktualisiert wird, der ändert dann meine Logik nicht. Und dann wird der Wert aktualisiert und dann wird die Logik erst getriggert und dadurch sollte ich hoffentlich immer den richtigen Wert bekommen. Ja, wohin wird das verknüpft? Ich habe das Ganze jetzt hier einmal mit der Time Series Datenbank, also mit InfluxDB verknüpft. Das läuft in einen separaten Datenpunkt und wird dann noch per MQTT gepublished, falls ich damit was im IO-Broker zum Beispiel machen möchte. Oder ich möchte ja, wie gesagt, so ein Dashboard bauen, was die Daten dann auch per MQTT bekommt, sodass ich die eben darstellen kann. Ja, und damit haben wir eigentlich alle Daten zusammen, die wir brauchen, um ein eigenes Dashboard zu bauen. Die Modbus-Anbindung ist bei SolarEdge so mittel, eigentlich ganz schön, aber mit diesem Scaling-Faktor, ich habe keine Ahnung, warum das so gelöst wurde. Modbus kann ja eigentlich auch Fließkomma zahlen, ich habe keine Ahnung, warum das so unnötig kompliziert gemacht wurde. Ich weiß auch nicht, wie fehleranfällig das ist. Immerhin könnte es ja sein, dass intern erst dieser Scaling-Faktor aktualisiert wird und dann erst der andere Wert. Und wenn man genau dazwischen die Daten abholt, vielleicht bekommt man mal falsche Daten und wir müssen die irgendwie noch validieren dazwischen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass das hoffentlich so funktioniert. Ja, in einem weiteren Video werde ich die Daten dann in die InfluxDB schieben. Leider hat der Timberwolf-Server nur eine InfluxDB 1 an Bord, finde ich nicht so schön. Deswegen, und weil ihr auch alle keinen Timberwolf-Server habt, werde ich die Daten in die InfluxDB 2 schieben. Da hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wie ich die auf meinem Synology-Nest installiert habe. Kann ich die hier oben nochmal verlinken. Wir werden also aus dem IO-Broker die Daten dann dahin pushen, werden die vorher noch ein bisschen aufbereiten, zeige ich dir dann aber. Und dann ein Grafana-Dashboard bauen und dann die Autarkie errechnen, Eigenverbrauch und so weiter. Das siehst du aber alles dann in einem weiteren Video. Zusammen dann auch mit dem PV-Forecast, das heißt mit dem erwarteten Ertrag über den Tag, den man von einem Cloud-Dienst bekommt. Auch dafür hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir ja auch nochmal. Jetzt hast du genug Material, um bis zum nächsten Video die Zeit zu überbrücken. Vielen Dank fürs Zusehen, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen oder weitergeholfen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir wie immer alles, alles Gute und viel Spaß mit deiner Modbus-Anbindung von SolarEdge. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. So, jetzt aber alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.